Tja, da ist eben grad was passiert. So. Äh, wo ging's jetzt lang? Ich find die Maus wieder so scheiße eingestellt. Komisch, hm. Na gut. So, endlich wieder draußen. War aber auch anstrengend genug, ganz ehrlich. Das war sowas von anstrengend jetzt, aber nix zu finden, nix. Dieses dämliche Eisenzeug. Schlimm, 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 schlimm. 58 Kohle, können wir ja hier reinschmeißen. Und hier. Und der Rest kommt hier hin. Braucht ihr alles hier voll? So, dann tackert das hier mal vorbei. Das hier kommt zu anderen Rohstoffen und Redstone kommt zu Redstone. So. Ach ja. Blöcke sortiere ich wieder ein. Was nicht. Holz. Und der Kürbis kommt auch mit. Da haben wir noch extra ein Kürbislager hier, ne? Warum benutzen wir denn das nicht? Da muss ich mich mal dran machen, wie wir den Kabelgenerator bauen. Ich wüsste jetzt nämlich nicht so ungefähr wie, aber ich weiß, dass die Steine hier so, dass man die hier abbauen kann, dann so rundherum. Ich würde hier Lava draufsetzen. Ja, gut. Wenn wir mal gucken, ne? Das ist unsere Spitzhacke verschrott. Ich bin, ich würde mal, ich würde einfach mal die Sachen hier liegen lassen, also die Sachen zurück tun hier wieder, halbwegs. Aber mal bei, wie kommt das hier rein? Werkzeuge hier und dann gehen wir mal hin zur Sommerresidenz Le Buchtot. Da waren wir ja lange nicht mehr, ne? Stimmt das? Ja, da waren wir wirklich lange nicht mehr. Ein paar Folgen waren wir da nicht mehr. Zehn Folgen, kann das denn kommen? Ich meine, wie schnell die Zeit wieder vergeht. Sommerresidenz Le Buchtot. Ja, wir haben jetzt, wir haben jetzt einen kleinen komischen kurzen Werbespot. Nein, ich werde dafür nicht bezahlt und ja, das ist jetzt ein bisschen seltsam. Ich kann jetzt aber, oh, das ist hier schon gewachsen. Okay, wir, 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 wir beste, ich weiß auch nicht, warum jetzt die Werbung, diese scheiß Werbung kommt. Ähm, ihr hört das wahrscheinlich im Hintergrund, ja? Kann man ruhig mal anlassen. Ich kümmere mich darum auch nicht mehr, ne? Ja, ist ja gut. Alter, wie lang kann Werbung gehen? 30 Sekunden, stimmt das? Das ist ja schlimm. Ja, 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 gut, da spricht auf jeden Fall ein US-Amerikaner. So, ja, Technology, ja, habe ich, habe ich verstanden, habe ich verstanden. Nein, nicht den, den nicht abbauen, den nicht abbauen. Den brauchen wir noch. So, jetzt, jetzt ist aber gut. Jetzt kannst du aufhören. Stopp. Hey, aus. Hey, du, 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 Werbung, aus, 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 aus. Hallo, aus, hallo, hier. Tschüssi. Ist ja gut, ja, ich habe, ich habe es verstanden. Ich habe, ja, ja, habe ich wirklich verstanden, ja, 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 ja. Ja, ja, das, das, ja, finde ich, finde ich schön, finde ich wirklich schön, ja. Alter, wie lange es abhört jetzt. Das ist so sehr wärmend. Das macht mich gerade so ein bisschen aggressiv, muss ich ganz ehrlich sein. Ja, gut, was machen wir jetzt mit so viel Werbung? Ähm, alter, bitte, kann diese fucking Werbung bitte aufhören? Hallo, aufhören, aus, ja, aus, aus, aus. Das kommt davon, äh, wenn man noch die Playlist auf YouTube, über YouTube laufen lässt und dann darüber Werbung erscheint. Das ist in den letzten 100 Folgen kaum passiert oder nur wenig. Ich glaube, in Folge 2 ist das mal passiert. Ähm, einmal und, äh, ich glaube dann aber auch erstmal nicht. Dann waren die ersten, nächsten 100 Folgen Schluss. Und, äh, ich kann jetzt leider nicht die Aufnahme beenden. So, ja, alter, wie langsabelt denn da ist? Ist das eine Dokumentation? Ist das eine Dokumentation? Ich höre einfach mal zu, ne? Alter, der muss ja, der muss ja mindestens am Computer, ähm, mindestens 20 bis 30 Seiten muss er geschrieben haben, um diese scheiß Werbung hier zu machen. Alter, das kann man lang glauben. Also, wenn er das wirklich gemacht hat, dann kann das lange dauern. Ja, ist gut, Mann. Alter, jetzt ist gut. Es ist doch unglaublich. Ja, ich möchte jetzt kein Gamer Strike oder sowas bekommen, aber ganz ehrlich, das passiert, wenn man solche irgendwelche Musikplaylisten auch über YouTube laufen lässt. Ja, ist ja gut. Ja, ja, ja. Ich hab's ja verstanden. Ich hab's verstanden. Die Werbung geht mindestens schon drei Minuten. Mindestens. Der macht Werbung über eine bestimmte Marke. Es ist doch unglaublich. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Also, ich würde sagen, ähm, dieses, äh, ist jetzt ein bisschen blöd. Ich werde jetzt dafür mal die Folge jetzt ein bisschen früher beenden, die Aufnahmesession einfach mal. Ich werde mal gucken, was da jetzt los ist, was ich da jetzt machen muss. Werbung ist scheiße. Kann man schon mal sagen, ganz ehrlich. Ich find's schön, dass die Leute damit Geld verdienen, aber jetzt ist langsam auch echt mal gut. Und, okay, ja. Gut, dann ist die Folge ein bisschen kürzer als, äh, gewünscht. Ja, eigentlich von 15 Minuten jetzt, wie ich den Timer hier gerade auf, sieben Minuten. Jetzt genau sieben Minuten. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuschauen für diese siebenminütige Folge und diese dreiminütige Werbung. Und, äh, wir sehen uns hoffentlich dann ohne Werbung wieder in der nächsten Aufnahme wieder. Das heißt, Minecraft, vielen Dank fürs Zuschauen und halt die Schnauze-Werbung!